Zurück in Frankens YouTube-Channel und wir spielen Crossout von den Machern von Wasander Gaijin Entertainment. Zocke ich ja gern. Und hier geht's darum, du poste die eigene Karre zusammen, wie sie dir gefällt. Und je nachdem wie sie Energie hat, kannst du Geschütze und 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 aufhauen, wie du Teile hast. Teile sind leider auch begrenzt, man kann sie nicht, was Gott, was auch nicht pinnen. Ich stehe immer ziemlich schnell in den Arsch, aber das ist mir ja gewöhnt von mir. Scheiße. Das hab ich gespielt. Weg damit. Eimer Scheiße. Oh, fuck you, ey, da. Der kocht die Maschine, ey, so fühlt halt mich nicht mehr aus, jetzt bin ich bei dem Arsch. Schauen wir mal ein Stück Scheiße da hinten, wenn wir ein bisschen treten können. Fuck you, very much. Scheiße, treten sie eben auch, was der ist hin und der nächste bin ich. Und der Po. Ah, nicht einmal, ich hab's überlebt, ey, da. Gummi-Entchen toastet sich schon einen ab. Yeah, wir haben gewöhnt, das ist mir nicht scheiße. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Peace. Und der nächste Teil kommt zugleich. Euer Trunken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.